Hallo und herzliches Willkommen zum zweiten Online-Spiel, nämlich Feuer und Wasser, der Kristalltempel. Hey, das hatte ich schon mal durchgespielt. Dornine zusammen. Was ist das hier? Anfänger-Level. Das ist praktisch das Tutorial. Okay. Weh, ich spiel die Frau. NAH! So rennst du da drüber, nicht leidend. Du darfst nicht entspannen, Lava. Du warst so dämlich. Du schmilzt doch nicht. Hä? Was? Ich glaube, wir dürfen nicht gleichzeitig losrennen. Das verkraftet ja nicht. Wir müssen eine ganz kristalle Sonne, ne? Ja, ich glaube, du musst da hoch. Es ist dein Ernst, dass jetzt das Spiel hier hängt? Ja, und wir dürfen auf Eis nicht springen. Leere Wasser mit blauem Licht ein. Du musst da hochgehen. Schön. Du musst da auch stehen bleiben. Ach, das friert ja eh nicht wieder aus. Das ist mein Kristall, du willst du wollen. Ach ja, ich muss da durch. Was? Oh, oh, oh. Ja, warum hast du da jetzt Wasser drauf? Komm. Komm. Was, ich muss wollen? Komm. Ja, weil ich sonst nicht springen kann. Ja, da. Ja! Zeit läuft! Verdammte Scheiße! Alter! Kann ich diese... Akt. Alter. Ich passe die Stippe. Alter! Ich glaube es ja nicht. Dabei mache ich sonst so viele Jump'n'Run-Games. Und das sind Tutorials, also wir sollten uns schämen. Oh nö. Nein, 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 nein. Oh, ich fasse die Tutorials. Ähm, da. Hoi. Ähm. Schlup! Oh man, hoi. Nein, gemächt! Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Was, das hängt da? Ja, das ist meine. Ach, guck, da muss man aber ziemlich schnell gucken können. Ah! Warte mal. Hä? Warte. Wo ist die Kiste drin? Ähm, du musst da unten Schalte gedrückt haben. Arsch, ich bin gut. Nein. Was? Hallo! Au. Hey, du warst schon Riech, du musst aus den Kristall-Tor bedurrst. Ach ja, genau, Kristall. Ihh, Ihh, da war der Typ. Ich bin so blöd. Ich muss noch ein drittes Tor einbauen. Theoretisch. So ein Transe-Tor. Jungen Mädchen, mein Geh. Ja. Das feier ich so. Das darf ich einfach sagen. Ui. Ich will ja nicht rein. Nein, komm. Du zwillst. Nein, 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 das war Säure, also. Nein. Schmerzlos, natürlich. Mit so einem Film. Der Hens The Q, den hab ich angeguckt. Da ging es so, die waren so riesige Würfel von Räumen und überall waren Fallen. Und der hatte dann... Ja, wenn man draufstehen. Der hatte immer so einen Schuh reingerufen, um zu gucken, ob da Fallen sind. Da war aber nichts. Und da war aber doch eine Falle, die wurde von so einem anderen Sender so ausgelöst. Und da wurde dem dann Säure ins Gesicht gespürt. Und dann hat es das ganze Gesicht weggeätzt. Naja. Das hängt. Ihr glaubt, das ganze kann ich mal zählen. Was? Alter. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich glaube, du gehst vor. Ladies first. Ich muss mal so auszudrücken. Ich hasse ihn. Soll ich vorgehen? Soll ich vorgehen? Ich geh mal vor. Ui. Ui, das sieht dämlich aus. Ui. Das sieht so scheiße dämlich aus. Na komm. Gut, gut. Oh, was passiert? Komm, komm. Lass das. Nein. Nein. Oh, da bin ich. Na komm. Geh, geh, geh. Fuck. Alter, was soll der Scheiß? Kommst du nicht durch? Kommst du nicht durch? Jetzt kommst du durch. Immer muss man die erst helfen. Ich muss das drauf an. Ähm, was jetzt? Ich muss jetzt mal los hoch. Ja, und ich auch. Und ich auch. Warte, lass mich machen. Ah, da. Oh. Ah. Geronimo. Ähm, ja, du musst oben lang. Aber ich muss auch erst was hoch. Arschkeks. Arschkeks? Was zum? Was ist ein Arschkeks? Kann ich... Warte, du. Erklär mir mal, was ein Arschkeks ist. Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Danke. Alt. Rang B. Das kannst du dir mal erzählen. Im zweiten Level Rang B. Von dem Tutorial plus Rang B. Hier. Ähm. Wo geht's lang? Ja, jetzt brauchst du erst mal ne halbe Stunde zum Nachladen, weißt du? Ach! Ach, ich bin schon da. So schön. Können wir eigentlich schon abschließen? Oder die Kristalle zusammen? Ja, könnte man. Oh, komm. Alter. Komm, geht da hoch. Geht da hoch. Yay, da ist eine Wand. Da ist eine Wand. Läuft es zu mir? Ja, da ist eine Wand. Ach, das war einfach knapp. Bitte schön. Alter, ihr Arschkind. Nicht Deichkind, Arschkind. Oh, Deichkind. Boah. Ich bin schon, ja. Ich hab gestern Truck Parking gespielt. Du wollt' ich eigentlich nichts Play von machen. Ich hab's aber nicht ausgehalten. Was hast du gespielt? Truck Parking. Du holst den Generalkristall. Das ist die kleinste Berührung. Können wir beide holen, aber du musst den. Weil du's nicht kannst. Hallo. Hallo. Und du musst mich dann bitte mal wieder hier rauslassen. Hallo. Wo wir grad davon reden. Ich komm hier nicht raus. Oh. Nicht in die Säure. Wehe, du sprichst in die Säure. Der Mauszeiger ist doch im Weg. Hab's doch du gleich immer da drin. Hallo, der Mauszeiger ist im Weg. Wir machen den Weg. Äh, was jetzt? Wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das will's. Verraschen oder weh? Das kann's doch keinem anbieten. Das ist ein kostenloses Spiel. Dann müssen wir den Weg zurücklaufen. Na ja, kostenlos. Zum Recht. Gezumuten. Ja. Der Sound dazu ist so episch. Ich bin hier rein. Ich bin hier rein. Ja, das glaub ich dir. Und viel mehr, du willst unbedingt nach viel mehr hier raus. Ah, ich bin hier, Alter. Nein. Soll ich in die Säure springen? Na, ist vielleicht besser. Das Spiel ist eigentlich keine Wertequalität hervorgestellt zu haben. Nummerär mal die Levels. Geht das? Warte, jetzt müssen wir erst eine halbe Stunde nach oben, bis es geladen hat. Was ist das da drüben? Wo der rote Kristall über dem Wasser ist? Was ist das? Das geht dann erst an. Ah. Wenn ich auch da oben bin. Oi. Mit dem scheiß Generalkristall. Oder ich werde nicht der bin in die Säule. Ich bin die Mühe. Achso, du musst erst das machen. Du müsstest mal bitte dort oben entlang. Huiiii. Denn du musst dich knapp von da runterholen. Aha. Ich bin da runterholen. Hehehe. Ich bin da runterholen, gesagt. Hehehe. Ja. Aaaaaaah. Stirb! Hehehe. Verdammte Scheiße. Stirb! Geht nicht. Oh, wie soll ich da... Hallo! Irgendwas gesehen, wa? Ah! War schon einer Bubi. Mame doch den. Schau doch. Oh. Wehe dir. Wehe. Schau dir. Danke. Danke. Schau dir. Schau dir. Schau dir. Schau dir irgendwas drauf? Ich muss jetzt... Wir müssen jetzt beide da runter. Nein, da muss ich runter. Ja, ich aber auch, weil ich ihn das Teil holen muss. Hallo? 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 Hallo! Du bist, du... Du bist der Magic Man. Du bist ihr blind. Jetzt wollte ich mal den Generals. Warum... Warum denn nicht das eigentlich Generals? Du siehst so scheiße aus, wenn du springst! Hey, hey! Was geht ab, man? Ah... Du brennst! Wenn das nicht so hängen würde, würde es ja fast Spaß machen. Was? Oh, Arschkind! Na toll. Wirst du auch mitkommen? Ich will hier raus! Alter! Nö, scheiße! Na was? Meine Hälfte ist weg. Das ist nur meine bessere Hälfte! Das ist die schlechte! Das ist die schlechte! Hier! Guck mal! Pass auf! Willst du sehen wie ich da hochrein kann? Ich bin Fleisch! Du bist Niko? Du musst rennen! Scheiße, du bist doch Fleisch! Du bist doch rot! Nein, ich brenne! Das war die Scheißfläche! Oh, was ist das? Oh, das ist die Rampe! Ich will zu der Rampe! Dankeschön! Nö! Nö! Warte, ich hol Koste! Was da? Der fände den Scheißfläche! Warte! Mach den Scheiß teleport an! Nö! Mach den Scheiß teleport an! Mach den Scheiß teleport an! Nö! Mach den Scheiß teleport an! Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich! Wieso bin ich dort? Ich weiß nicht! Ich schalte den dämlichen Dinobutter an! Das ist doch krank! Wieso hängt das so? Das gibt's doch nicht! Achso, der ist deiner! 600 Euro und ist überfordert mit Feuer und Wasser! Ich meine, eigentlich ist jeder PC irgendwie überfordert mit Feuer und Wasser! Weil wenn er brennt, ist es nicht gut und wenn er nass wird es auch nicht gut! Ich hab die Haarechen! Nein! Ich hab die Haarechen! Du hast glaubt! Ventilator! Lauf mal rüber! Man sieht der Frisch zerquetscht! You should have to go! You should have to go! My phone! Dann stell dich mal drüben hin! Andere Seite! Nein, du musst hier stehen! Rum! Dann komm! Wo du da hochmust! Am Ende! auch so zu dir dann zu dem Schalter wenn du stehst du hierher ich will da hoch springen das ist das Mensch Dankeschön oh fuck wieso hast du denn für Schalter zurückgelegt stimmt, ich muss wirklich da lang scheiße toll, ganz klasse wo musst du lang durch den Teleporter, sobald du mich eingeschalten hast ähm, nein hallo? da durch und dann hier du kommst aber nicht durch das Feuer ich muss durch den Teleporter, du hast welchen Teleporter? was? da ah, da öffnet sich ein neues wenn ich dann wieder da hochkomme Alter, wer verzweifelt an Lettel, weiß nicht wie viel ist ja so ziemlich, das Worte, was wir spielen ist ja nichts weiter warum hast du das getan? weil ich mich da auch gekommen bin weil ich mich da auch gekommen bin so ganz schön das ist jetzt die let me dann bleiben wir den Teleporter an da so ganz schön von was ich ja voll die böse Strecke und du aus der Mund ja guck dir mal sie das doch rechts mal an das ist ja meins so ich habe die geile den Skil Alter warum scheiß Spiel und der hängt was ist das für ein Computer ich weiß es ist ne das liegt zwar am Internet ja du musstest dich bitte hinschieben einfach so ein Frame pro Sekunde ich werde dich mal mit dir Foto wo ich stehe warte 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 stell dich mal da die die sind wieder der deutsche DAX oder ein Fahrschwurst ich renne da hoch jetzt hopp ich renne da hoch AAH Alter ja Lava schau mal die Lava brauche ich bin hier wirklich eine Flamme jetzt habe ich auch meine Beine das sieht doch so scheiße aus das sieht aus als würde ich in Luft laufen entlang tier krit k des du nö 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 Alter! Alter! Alter, der Aufwand zu hängen! Du bist ja da drüben! Weil ich Flash bin! Ich komme da immer schnell rüber! Hallo! Das ist lustig! Nein! Das taugt mich auf! Alter, zwei Minuten! Oh, ja, 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 Level 7! Oh, ja, wir sind gut! Wir haben gerade Level 8 gespielt! Mach mal... Ne, mach mal das immer mit! Mach mal Level 4! Mach Level 5! Level 4 haben wir als zweites gespielt! Ach nein! Ich weiße Zeitlevel! Ja, auch die Zeitlevel! Ich muss das Zeitlevel! Danke! Was ist das denn? Lauf, lauf, klein! Lauf, klein! Was warst du mir? Ungefähr, deine Seite hängt weniger aus mir! Geil! 22 Sekunden! Das lobe ich mir! War mir irgendetwas toller? Nein! Nein! Das weißt du nicht an! Hallo! Nein! Komm zurück! Ne, oder? Oh, nö! Was ist das denn? Hey, guck mal, ich kann's! Guck mal, ich kann's! Guck mal, ich kann's! Wir spielen 60 Sekunden, wir konnten aufhören, wenn wir wollten! Schau mal, ich kann's! Wenn der jetzt so springst, der Brotist, nicht da unten rein, und bis für immer verloren! Überhaupt nicht! Wie so aussieht, das hängt einfach so! Mal da, mal da, mal da! Das macht überhaupt keinen Sinn! Wo bin ich denn jetzt wieder? Wie kann's? Überhaupt nicht! Überhaupt nicht! Überhaupt! Oh, da muss ich unbedingt nochmal zur Reparatur, Alter! Das geht gar nicht! Das ist noch keine 600 Euro, Mann! Oh, Mann! Fuck! Äh... Scheiße! Du musst irgendwie jetzt zu mir hochkommen! Na! Das muss ich holen! Nein! Alter! Doch nicht jetzt hängen, Mann! 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 Hallo! 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 Was? Wo bin ich? Was? Alter, wo bin ich? Ich will das nicht! Ich will das nicht! Alter! Hast du Spaß? Aber da hängt doch wieder eine Wester! Ich bin Scooby-Doo! 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 Wo bin ich? Da bin ich! Ich bin Flash! Guck mal, ich bin schon da, du Arsch! Ja, schau mal! Ich muss da noch die drei Kristalle sagen! Ja, das würd ich mal machen! Wenn ich denn mal dazu komme! Wenn ich denn mal dazu komme! Da ist er! Oh nein! Nee, ey! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Das tut weh! Genau die gleiche Strecke! Ich bin schon da! Das tut weh! Das tut weh im Kopf! Das tut weh im Kopf! Aber selbst im Fortracing ja vor uns! Das hängt ja sonst nicht! Das war für's Sprengerbiss! Oder dort unten ins Wasser! Einfach weil's hängt! Wie du das machst, spiel ich nicht weiter! Da spielen wir Papa Louis drei! Nein! Nein! Nicht Papa Louis! Kennst du das? Ja! Wo geht's denn? Kommt drauf an welches Papa Louis du meinst! Papa Louis drei! Steht da unten! Wo? Ah ja! Da Papa! Hüpfen auf Fusselball vier! Was? Du Scheiss! Wer macht denn dazu ne Fortsetzung? Ernsthaft? Ja! Hüpfen auf Fusselball vier! Weißt du was? Was? Wir machen jetzt mal einfach gerade durch! Was hast du gemacht? Welches Level ist das? Sechs! Oh! Da! Quatsch! Ähm! Du musst mal bitte! Oh! Warte! 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 Nein! Du musst genau auf die andere Seite des Portals! Na egal! Ich weiß nicht wo ich bin aber scheiss drauf! Du bist dort! Vor mir! Achja! Hallo! Alter! Warte! 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 Wie bin denn jetzt da hochgekommen? Haha! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Genau! Jetzt hängen wir wieder nicht! Weißt du was wir spielen wollen? Warte! 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 Ja! Stage Diving! Ja! Das ist voll toll! Voll Spaß! Mach mal die Stage fertig! Ich werde nie wieder den Boden berühren! Verdammt! Ich mach mich schon total schwer! Mal wenn schon! Cheer! Wir sind voll aus wie ausgeschissen! Was auf! Ich finde ich zart! Mach keinen Scheiß! Naja! Habe ich... Du darfst den Bauer bitte nicht hängen! Oh nein! Oh nö! Pff! Oh nö! Das tut's weh! Ja das tut weh im Kopf! Alter! Warum tun wir uns das eigentlich an? Praktus McCoy musst du mal spielen! Weil die galsischen Scheiß... Du musst da mal Praktus McCoy spielen! Nö! Doch! Lauf Pflanze Lauf! Ja genau! Go Go Plants 2! Komm ist das ja ein Mann! Der zu einer Pflanze mutiert ist! Das ist auf jeden Fall genauso! Ja ja! Und was ist was er gemacht hat? Er hat eine Fernsehshow geguckt! Und ist durch... Was hast du getan? Ich bin ja nicht mehr weiter gelaufen! Tut's weh? Nicht zart! Lass mich! Ich will vorgehen! Ich will vorgehen! Kriegst du mich ne? Kriegst du mich ne? Nein! Tu's nicht! Nicht Suizid begehen! Ich brauche dich in das Display! Danach darf ich mu Suizid... NEIN! Der ist nicht gesprungen man! Ja! Die! Begreife endlich dein Geschlecht! Du hörst in Deutsch! Ich hab die Melodie dazu gereist! Ja! Was war denn heute in Deutsch? Mit den Dialekten mit dem... Plural! Tellers! Baume! Baumes! Das ist so langweilig die Vordrücken über die Dialekte! Vor allem Jenny... Vor allem der von unten an! Aber ich feier Jeremys! Ich dorf den Dorf! Und so! Was? Na was? Boah! War das knapp! Wo ist der Wörter in der Sentence? Village! Ich feier das so! Das ist so scheiße! Kann er uns nicht einfach da durchlaufen lassen? Aber irgendwo gehen wir unten dran! Wo bin ich? Fünf tot! Was? Wie bin ich da drüber gekommen? Hä? Ich verstehe nicht! Ja! Das Spiel ist voll gutmütig! Ja! Naja, passt! Da haben wir einfach nur die Strecke aufgelaufen! Später kommt ja noch mit Licht und Spiegel und sowas! Das ist ja im Tempel des Lichts! Achso! Okay, gut so! Waldtempel! Waldtempel ist voll scheiße! Naja, das ist ja auch aber... Feuer und Wasser... Die neuesten Feuer und Wasser Spiele ist das ja voll hässlich! Wie viel gibt's denn? Keine Ahnung! Feuer und Wasser 6 sind die Viecher aus dem Pinguine! Es gibt zwei und Wasser 6! Ja! Wer spielt denn das? Wie finanziert sich das? Ich probier mal was! Ich probier mal was! Ich probier mal was! Äh... Endlosschleife! Scheiße! Tut's weh! Was? 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 Hey, schau mal! Ich guck mal nach unten! Okay, warte! Du gehst vor! Okay! Holst mal alle anderen Kristalle die du hier kriegen kannst und geh dort ins Wasser! Okay, leg mal den Hebel und mach nur den Kristall! Und dann wartest du dort! Nee, ich hab sie zurückgelegt! Huch! Alter! Alter! Geh wieder zurück! Warte, ich muss... Nein! Alter! Alter! Ich hab... Wir warten erst so eine Minute! Alter, ich glaub ich brech das gleich ab! Wir haben... Wir haben... 23 Minuten! Wir können problemlos abbrechen! Was? Wir haben schon 23 Minuten! Warte, ich geh vor! Ich schipp's nicht, dass sie alle gekriegt! Hup! Scheiße! Moin! Warte! Nein, nein, nein! Hallo! Oh nein! Ich muss dir da noch ein Spiel zeigen! Alter, komm! Komm! Wir brechen an der Stelle ab! Ich glaub ich ertrag das nicht! Warte! Drei! Eins! Wo bin ich? Wie ich einfach tot bin? Ich bin das Video, mein Gott! Und du dein Standbild hast! Ja, danke fürs Zusehen! Bis zur nächsten Folge von Sinnlose Online Games! Die einfach nur hängen! Ja! Scheiße! Tschüss!